Am 9. April gewährt die Zwickauer JVA einen exklusiven Einblick in ihre Räumlichkeiten. Anlässlich des Jubiläums 300 Jahre Strafvollzug in Sachsen öffnet das Gefängnis in der Schillerstraße seine Türen für alle Interessierten. Die Besucher können mit Sozialpädagogen oder Suchtberatern ins Gespräch kommen und etwas über die Arbeitsmöglichkeiten der Häftlinge erfahren. Von den Insassen wird zum Beispiel handgefertigte Erzgebirgskunst hergestellt. Die Produkte aus der Drechselerei stehen am Tag der offenen Tür auch zum Verkauf. Wer einmal einen Blick in die Zwickauer Justizvollzugsanstalt werfen möchte, muss mindestens 14 Jahre alt sein und sich bis zum 6. April anmelden. Dies ist täglich zwischen 8 und 11 Uhr unter der eingeblendeten Telefonnummer möglich. In die Einrichtung dürfen weder Funktelefone, Kameras, Waffen, Alkohol noch Tiere mitgenommen werden. Die Gefängnistüren stehen von 9 bis 16 Uhr offen. Aber keine Angst, für die Insassen besteht dennoch keine Möglichkeit zur Flucht.